mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmh So, jo, war ja schon geil, wenn ich eine neue Grafiker hatte. Erstens, brennt sich dann nicht mehr so scheiße Haas raus, für die gleiche Scheiße, was ich jetzt hab mir. Sind die Pühleleid ausgeschickt? Ehh, ja weiß ich nicht. Ich komm nicht, um mich um zu kieren, also von dem her. Woher willst du? Ja, ein Team. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es ein Team da. Jawohl, komm um mich. Haha. Ich land sogar davor. Fast davor. Ich bin da auf der Stiegenlinke Stufe 2 hin. Ja, hol den. Woll hab ich da noch. Nein, Capra sogar. Ich hab einen 16. Passt. Lauf mir, glaube ich. Weil man landet nämlich auf der Kirchen schneller als wir unten. Aber nur, ah, da. Perfekt. Polizei, Wester 2. Da ist ein M14, ist auch noch da. Ah, ein M416. Geiler Scheiß. Da hat man ja fast mehr. Da ist wer bei mir. Komm schon. Ja, da hat er quer. Siehst du? Ja. Lauf, 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 lauf. Ha, jetzt versteckt er sich. Weil er ihn angeschossen hat. Jetzt nicht mehr. Muschinub. Er hört mich nämlich. Da links ist er. Ja, da links hinten drin ist er. Muschinub. Komm heraus. Da ist er. Lass mich gleich looten, die Schad. Schad, kannst du dich haben. Ich hab nur einen Helm. Das hört man nämlich. So ein Depo zum Grinsen, das ist so schwul. Ich find das. Außerdem sei spitz, wird eh gleich kommen wahrscheinlich. Da ist noch ein Helm, wenn du brauchst. Oh ja. Lol, da ist noch einer. Okay. Warte, pass auf jetzt. Ja, ich lauf gleich mal ins nächste Helm oder so. Ja. So ein Spitz wird schon irgendwo sein. Hm, okay. Da trägst du auch. Du hast einen Westen. So ein Trottel, ich werde jetzt weiter. Ja. Shotgun noch nicht, wenn du brauchst. Hm, hm. Ah. Ja. Ah. So ein Trottel. So ein Frisch. Abs tbsp ein Täpond. Ich habe 4-fach Suche gefunden. Sehr schön. Eine Sanitäts-Tasche. Kannst du die aufnehmen? Ich habe keinen Rucksack. Die hielt sich komplett. Wie was? Ja, warte. Kannst du mal mitnehmen? Vielleicht geht es nicht. Da ist auch eine Suche. 4-fach. Da liegt am Tisch auch noch 2-fach. Da ist auch einer. Den nehmen wir sicher mit. Und wenn wir nur in den Wald haben, dann habe ich es gar nicht genommen. So ist es. Ein etlicher Rucksack. Leider nur 7mm. Scheiße. Braucht die 5er? Beide die offenen, die ich habe, brauchen die 5mm. Super ist das. Sanitäts-Taschen nehme ich schon mit. Oder war das deine oder was? Das war meine. Ich habe es rausgekommen. Wieso hast du die rausgekommen? Ja, da war ich den Kopf aufgekommen. Da ist eine Stufe 2 Rucksack. Ich habe eine Stufe 2 Rucksack. Da ist eine 7, kann man nicht. Ich brauche 5. Ich brauche 5. Ich brauche 5. Da ist die OMP. Okay. Da M16, wenn du brauchst. Oh mein Bär. Wie, Alter. Es lag schon wieder. Warte. Da ist ein Auto. Markiere gleich, weil wir müssen hinauf. Wir sind 4-fach zurück, oder? Wir haben beide gerufen, 4-fach. Gut, da ist ja nichts mehr. Ich glaube, dass wir eine Freie entstieg haben. Das ist der Freie entstieg. Der Freie entstieg hat am vorigen Stich los. Du verstehst, wie er war. Das ist er. Meistens wenigstens zwei Mal. Ja, voll. Ich probiere die wenigstens immer Rechnen. Rechen oder so. Rechnen? Rechnen? Rechnen, ja. Was hast du denn Rechen irgendwie da hingekommen? Ja, ich bin Rechen hingekommen. Okay, na. Bullshit. Was haben wir da schon? Vierfach ist schon fein, oder? Ja, nur Scheiße, Alter. Flashbang nehmen wir mit. Splitter nehmen wir auch mit. Aber alle haben einen noch zu viel Money. Und da haben wir einen Niner. Siehst du? Könnte ja mal Reloaden. Den können wir mal wechseln. Haltpunkt ist ja. Letzt gesagt, wir campen da noch kurz ein bisschen. Ich meine, es kommt jetzt schon der Kreis, aber trotzdem. Irgendwann kommen wir irgendwelche Krüppeln. Wenn ich mal in eine Pistouin herum sein. Scheiß auf eine Pistouin, Alter. Magst du nicht? Ja. Wann wechselst du denn wirklich zu Pistouin? Wenn ich kein Money habe. Du meinst, jetzt bin ich vorher dort. Ach Gott, da liegt wieder ein Simmoni. Das brauch ich nicht. Brauchst du ein AKM, da liegt gar nicht. Nein. Mit 90 Schuss. Über UFP. Blöden kann er. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Ja, wir könnten... ...eine andere Stott auf die Düsen. Da sind jetzt sicher sehr wenige Leute da rum. Dass wir da gleich eventuell was looten. Da M16, ich nehme dir die Money mit. Fünf Komma Scheißdreck. Fünf Komma Scheißdreck ist gut. 30 Schuss am Magazin. Besser wie kein Magazin. 49 Schuss habe ich. Ja, und jetzt hast du 79. Das kann schon was habe ich. Ja, mit 30 Schuss drinnen im Magazin. Also hast du noch 79. Also 90... 109 habe ich. Jawohl, hast du eh schon gekauft. Cool. Fliegelkumpf. Guck mal, wenn der den jetzt nicht drüber haut, war das legendär. Also nein, keine Reneid, weil wir sind nicht mehr im weißen Kreis. Stimmt. Schott. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ey, wir haben jetzt einmal ins Auto... Wow, Benzin. Vielleicht finde ich den schnell. Aber das ist meistens nichts. Aber wenn du noch suchst, vieles kann. Oh, ich habe einen gefunden. Lol. L-l-l-l-lAA, j-l-l-l-l-lA-roll, j-l-l-l-l-l-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Und? Geh tankt, n***a! So, jetzt tun wir's mal. Klar, mit meinem private tank. Tum, 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 tum. Fuck n***a bitches, fuck wet bitches. Fuck wet bitches. Fuck wet bitches. Shoot n***a! Und? 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 Alle hopp! Wuhuuuhu! Hahaha! Das Auto ist so scheiße zum Fahren, Alter. Das ist einfach grächert. Das ist nicht gut, wenn wir da so scheiße machen. Der blaue Kreis kommt auch schon wieder her, aber das geht zum Brause. Oh, jetzt weiß ich. Der kommt schon ziemlich extrem wieder her. Aber? Der macht eh noch keinen Damage. Dann schaust du mal auf die Map wieder, der kommt... Ich mein, der macht keinen Damage. Aber wenn du... Lc auf einmal... Da rauf jetzt oder her suchen wir? Das ist gleich... Das ist aber endlich. Ich hab's mir krank gedacht. Jetzt hör's gleich... Du, 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 du. Hey, schau! Das ist das heiße Vorher vom Spiel. Da schau ich einmal, ob du das sitzt. Nix gescheitzt. Na, siehmer, Muni. Da raus leg eine Granate und den nehm ich mit. Ja. Jetzt warten... Wir warten einfach einmal. Warum haben wir immer so'n fucking Stress? Wir haben ja vierfach Suche, wir haben viel viel Muni. Also, ich halt... Ja, du halt, schau ich für dich. Ja, du hast doch auch die Muni her. Ah ja, zum Glück. Weil der Flieger ist ja links oben aufgeflogen, ne? Ja, da gehen sicher wieder ein paar Kanacken hin. Aber dass keiner in der Stadt das gehört, das gibt's ja nie. Ja, aber wenn er paar sind, ist mir das ja mehr oder weniger wurscht. Aber nicht, wenn 500 sind. Ja, schießen. Ja, die schießen da drüben, wie sie ich seh. Vor einem in mein Auto. Da drüben hab ich den roten Rauch gesehen vom Package. Ah, der ist hin, der ist hin. Standard, oder? Ja. Drum, die werden gerade ein wenig kämpfen um den Scheiß. Der mit dem Auto fährt doch weiter. Aber der ist eh weit links drüben. Wir sehen ihn dann. Ja, schauen wir. Ja, das ist eh wursch. Ich pack's nur noch grad rumgefahren. Er fährt da links drüben, irgendwer. Wir haben das Harry Potter Auto, das Flieger, oder so? Hahaha. Warte. Das jumpt da, du Geist. Jetzt schauen wir, dass wir da in der fetten Stadt noch etwas kriegen, was sexy Lady-mäßiges. Und dann, wenn wir uns da aufhauen, da gehen wir dann schimmeln. 7k-Munition. 30 Schuss. Aber hauptsache, ich brauch 7k-Munition. Kein einziger. Irgendwas. Oh, ich auch nicht. Ein Crossbow. Und ein 9mm. Das wirks. Schnellwechsel-Magazin. Jetzt wollen wir das auch wenigstens. Ja, das brauch ich auch noch. Aber pass auf, du kannst ja das leid sein. Bis jetzt waren alle Dieren zu. Erst mal Hilfe kaufen. Ah ja, gut. Hey, da leg was. Mündungsfeuer, der war perfekt. Die UMB ist früh ausgestattet. Ja, wenn du noch etwas findest, ich brauch's auch noch. Awe, ich hab schon vertikalen Handgriff von... Ah ja, Magazin. Da muss ich gar nicht. Oh ja, weiter das Magazin. Ja, Auto. Auto. Ich geh aufs Docher. Ah, die fahren wir weiter. Die fahren weiter. Passt. Aber wir wissen nicht, wann unser Auto steht. Da ist grüne Muni. Wo schießt denn du hin? Achso. Da ist grüne Muni herum, nigga, bei mir. Die sind neben im Haus drin. Ja, los. Schau mal, was da hoch fährt. Ich cheater mal mit der Kamera ohne... Ah ja, am Tag haben wir es halt. Ich schiebe, geht. Ich schiebe, geht. Er ist tot. Lol. Okay. Mach die Tür wieder zu. Er will jetzt ummissen. Umgecampen, der Wichser. Der ist drüben am Dach gestorben. Ja, dann gehen wir um, oder? Schauen wir mal, was der für einen Loot gehabt hat, der Wichser. Ja, der hat glaube ich was Geiles gehabt. Der hat ein Maunzel gehabt, wenn du so eine Stufe 2 einmal aufgehauen. Aber ich sehe schon, wenn du dann einzeln und viel Gas schierst, verreist die UMP aber auch nicht weniger. Da ist aber ein zweiter Göniger, glaube ich. Stufe 2, Rucksug 7, Ammoni. Verbound, wenn du brauchst, liegen 5 hier. Da noch einer. 10. Da mach ich mein Zug, dass da einmal keiner kommt. Und wenn her, hätte ich die dann. Weil das macht mich fertig, wenn die Uhr offen ist. Ah, Benzin ist da. Nach rechts ist er gestorben. Aha. Da liegt ein Maunzel. Vierfachsucher hat er gehabt. Na bitte. Einen Energydrink hat er eingestellt gehabt. Höben Stufe 2, Rucksug Stufe 2. Ebener Rucksug. Ebener Rucksug. Ebener Rucksug. Und Muni, ganz viel. Ja, da bist du da. Schau für dich. 75 Schuss. Und das KL, Leute. Nein, das KL mag ich nicht. Und am Boden liegt ein Energydrink. Vierfachsucher, Benzin. Ich hab zwei Vierfachsucher, also ich brauch keinen. Ich hab einen, das reicht. Schneewechsel. Aber für da hinten auf, ich hab er nix. Und für vorne auf, ich hab er auch nix. Nix. Die Muni. Muni, Muni. Ohhhhh... Ja... Ich hab Splittergranaten haben er aus. Ich hab auch einen eingestellt. Wo sind zwei Autos da rein? Der ist da ausgestiegen und umgelaufen. Irgendwo. Schickst du Autos da stehen? Zwei. Zwei Autos. Zwei. Das heißt, die sind in der Sto und... Äh, äh... Jetzt schauen wir mal, wo der... Ja, wir schauen jetzt, wo der weiße Kreis zugeht. Weil er geht jetzt zu. Und bitte Glück. Oh, B, bitte B. Wir müssen da auf, wie wo ich markiert hab vorher schon. Und da schimmeln wir uns dann rein. Bitte, Nigga. Nigga, schau. Bitte, Nigga, bitte. Kriegst keinen Fallschaden. Oh, oh, ich schleich mich jetzt schon. Voll super, gell? Dann haben wir ein Auto. Nehmen wir das Auto oder gehen wir zu Fuß? Wir hätten viel Zeit. Nein, wir schimmeln uns da gleich viel Gas rein. Wir fahren da voll Schuhwaffe mäßig. Weil jetzt haben wir eigentlich eh so ziemlich alles, was wir brauchen. Ja, jetzt haben wir wirklich alles. Das heißt, wir schimmeln da jetzt ein bissel und fertig. LOL, wirklich. Das steppert eh drüberhupfen da. Ja. Der Tatscher macht einen B. Aber so, ich weiß nicht. Ja, was willst du denn erwarten von einem Tatscher? Ein 60 PS-Ballart. Weniger. Und deshalb soll ich was heißen. Das ist fast schon... recht links. Wow. Weg vor der City. Einfach schnell weg. Ein paar Sachen haben wir gefunden. Na, na, na... Jetzt, gerade am Schluss! Voll! Ja, passt! Wir schimmeln uns da drauf, ja! Voll... Ja, ich glaube, das ist ein kurser Platz. 28 sind hier. HAH! FAAAATL! Hab ich! Wir machen zu Fuß da auf, wir fahren mit 10 kmh, aber wenn ich darf bin ich schnell. Das ist so wichtig. Das ist halt nicht der Fall, wenn wir jetzt verwecken, ich hätte ihn beschossen. Ich warte die Hand, man hätte ihn beschossen. Weil einmal lebe ich auch noch unter die Top-Reis. So, was heißt das? Doch, gehen wir jetzt aber zu Fuß, bitte. Können wir das mal machen? Da ist auch nämlich ein Auto. Der steht da vorne. Aussteigen! Ich habe den Umfeld. Einer ist tot. Ja, jetzt habe ich den Arsch offen, weil er noch zweiter ist. Na ja, ich habe ihn. Ich habe ihn einmal getroffen, im rechten Haus drin mit dem blauen Dacherl. Erster Stockwerk. Erster Stockwerk. Ja, warte, ich schau. Da hat wer den gleichen Plan gehabt wie wir. Ich geh einmal zu wieder. Schau du einmal auf den Leuten, ob's du siehst. Ja, ich schau eh, ich schau eh. Ich weiß gar nicht. Nein, habe ich nicht dabei rausgegangen geschossen. Ich geh einmal mit langsam zu, aber ich habe mich anvisiert. Der Wald bewegt sich noch gar nicht. Also ich sehe ihn noch absolut gar nicht. Vielleicht ist er schon unten. Ja, dann rein mit der UMP, automatisch und full Schub. Warte, ich schau aber herr unten ist. Herr unten ist zu, da sitzt er drinnen. Warte mal, habe ich noch eine Blindgranaten. Ja, ich habe Blindgranaten. Warte, ich haue Blindgranaten ins Fenster auf. Er ist aber oben. Ja, ich haue es oben. Ja, wenn ich treffen würde. Es geht nicht ins Fenster rein, was soll ich in die Scheiße? Einer ist da unten gestanden. Da liegen zwei Leute gestanden. Echt? Nein, einer muss noch oben sein. Ah, der hat einen 8-fach-Sucher eingestieckt. 4 Energydrinks, ein Schmerzmittel, ein Koffer. Der andere, 2-fach-Sucher, 2 Koffer. Und ziemlich viel Munition, bist du teppert. Wir schauen mal auf jetzt an. Achtung, ich habe den Molotow reingekaut. Jetzt sehe ich es. Wir schauen nur noch, ob er da schimmelt. Schierst du da mit dem Shot, oder? Ja, ich schierst du durch die Tür. Auf ein Schnell. Er ist drin, gell? Da oben? Da oben, ja. Geh, hör schnell. Da drin ist er, pass auf. Ich habe nämlich die Tür hingemacht. Ein Kiegel tot, bitte. Juhu! Der ist reinget die Sau auf. Ich glaube, der dreist so gut. Schmerzmittel. Unten ist der 8-fach-Sucher geworden. Jetzt kommt ein Auto. Ich wollte gerade sagen, ich mache die Tür zu. Unten in der vorigen Kiste, da links. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er kommt da. Nicht schießen, nicht schießen. Er geht zu Fuß. Ich sehe ihn auch, ich sehe ihn auch. Warte, ich gehe auf. Nicht schießen. Wenn wir nicht unbedingt müssen, schießen wir nicht. Außer du triffst ihn so gut. Ich bin nochmal rausgegangen. Er ist nur mehr allein. Nein. Ich weiß, ich sehe ihn. Warte. Ich kann schießen. Schieß mal. Nein, ich habe einen D-Pazit. Er geht zum Auto, Hauerer. Ah, ok. Kill! Nice. Das mit den Fenstern haben sie so richtig dumm gemacht. So richtig dumm. Du kannst nicht durchschießen. Das ist ja so arm. Durch den Raumwand, gell? Weil wenn du dich gehuckerlst, siehst du nicht drüber. Und wenn du stehst, schierst du genau in das holst du dich rein. Das ist so dumm. Das ist echt so arm. Ach du, Leute. Ich habe meinen Pufen weggebracht. Ich habe keinen Scheiß. Der hat echt einen 8-fach Sucher, WTF, Wider. Ich habe ihn 4-fach weg und mache meinen 8-fach auf. Der hat einen Schulter im Fall. Ich habe einen Schulter im Fall. Echt, Jutta? Na ja. Huch. Na ja, gar nichts. Sicher. Nächsten kommen. Achtung. Da drüben. Wieder da drüben. Irgendwo. Da drüben. Der Kreis kommt aber schon. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Au, au, au. Das tut jetzt motherfucking weh. Da drüben steht mein Auto. Er ist ausgestiegen. Ja, warte. Lauf mal hin. Da ist einer. Warte, ich muss mir Schmerzmittel reinhauen, weil sonst bin ich down. Niemand erwischt. Ich habe einen anderen erwischt, Havi, weil ich rein zum Auto gehad bin. Ohja, wir müssen schnell weiter da. Havi, was hast du da? Ich weiß nur, wie das überlebt. Ja, ich weiß auch nicht, bis ich überlebt habe, aber ich habe mir schnell alles reingekaut, wo es geht. Komm, lauf, 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 lauf. Schwattel. Gass. Nein, ich glaube, ich überlebe es nicht. Ah, ich bin da immer im Kreis. Jawohl. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Ohja. Komm, 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 komm. Haust da rein, haust da rein, du Xer. Schnell, 1 Sekunden. Wau, ja. Lauf, du Krüppel, Alter. Lauf, 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 lauf. Oh, ich bin da. Scheiße, Juma, das Tag. Ich habe meinen letzten Energy Drink rein. Oh, Alter. Ich habe aus dem Scheißkreis, der ist so scheiße, Alter. Der soll ja scheiße sein, genauso gut. Ja, Alter, fad, ey. Aber oben, wenn es da Bill kämpft, vergisst... Wir sind da pipi-fein mittig am Präsentierten. Neun am Leben haben wir... Nämlich, hast du denn beim Auto umgebaut? Nein. Komm, hinter dir, hinter dir, oben, am Baum, am Baum. Oh, ich habe mich ausgenockt. Links oben, vom Felsen. Felsen? Links oben, links, 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 weiter links. Dort hinten. Links, drüben habe ich... Wo, ja? Da, ja, da drüben. In die Richtung. Da läuft er, unten. Hast du ihn gesehen? Die läuft einmal um. Oder Krall. Krall um da zu mir, ja? Ja, mal schnell die Sanitätstaschen rein. Dumm, die Scheiße da! Ah, ja! Einer am Felsen oben und einer unten. Wollt ihr mich verscheißen? Ich bin gestorben. Weil ich da abgelenkt wurde. Wie immer. Ich habe ihn ausgenockt. Ich habe ihn ausgenockt. Schier ist weiter auf dem Rechten. Er hat mich leider umgebracht. Ja, jetzt sind sie genau hinterm Ding. Jetzt sehe ich es nicht einmal. Ja, jetzt wurscht. Bleib da. Sie sind jetzt aus am Kreis. Jetzt kriegst du ziemlich viel Damage. Schau links, schau links, schau links. Ob sie jetzt irgendwo umgefallen. Nein, sie sind nicht mehr im Kreis. Nein, jetzt sind sie nicht mehr im Kreis. Perfekt, perfekt. Jetzt kriegst du ziemlich viel Damage. Ja, sie laufen da. Ich sehe es. Sie sind verreckt. So, Legans. Pass auf links. Du musst in den weißen Kreis. What? Wie ist der Kreis Anfang? Vorher krallst du nicht. Geh zum Baum da rechts und dann wartest du. Ja, hab ich auch vor. Scheiße, warum bin ich gestorben? Ah, der lebt noch, ja. Ja. Jetzt lebt noch der. Pass aber auf, beim Haus oben glaube ich sonst. So, 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 so. Geh einmal zum Baum, Harry. Und dann, warte mal. Reintür. Da links, links, links beim Haus, beim kleinen. Ja, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Versteh. Da sind zwei glaube ich. Schau mir vorbei mit der Kamera. Ja, es sind nur zwei am Leben, also von dem her. Schau mir mit der Kamera vorbei. Ja, bei Barmesser. Wo sie sich healen. Wo ist der zweite? Der zweite. Da. Pass auf, schau links wieder. Der rechts. Hara, du brauchst mir's nicht aussaugen. Schau nochmal jetzt. Oh, rechts, da ist er rechts aufgelaufen. Ich kann schon rechts aufgelaufen sein. Ui, glaub ich schon. Na. Der ist ja. Da ist er, ja. Pass auf den linken einfach. Jetzt kommt der Kreis. Pass auf, beim Auto links. Kommt der Kreis. Naja, jetzt bin ich auch nicht an meinem Kreis. Und das scheiße. Läuft auch wieder. Scheiße. Da oben bei Barm ist ja geil. Ja, das war eh klar. Ich hab jetzt keinen Schutz mehr gehabt. War aber trotzdem ein geiles Game. Zweiter. War cool. Das war echt cool, ne? War ein richtig nice Game. Das war cool, ne?